Wie ist die Belehrung der Belehrung? Wie ist die Belehrung der Belehrung? Versagt zu haben, versagt zu haben als Lehrer, versagt zu haben als Vorbild, das ist sehr, sehr stark und das möchte ich natürlich überhaupt nicht. Ich möchte ein guter Lehrer sein, ich möchte ein authentischer Lehrer sein. Ich möchte auch ein Lehrer sein, an dem man sich erbauen kann, dem man wirklich vertrauen kann. Ja und dieses Thema hat an diesem Lehrerbild sehr, sehr gerüttelt, weil ich hier auch ein großes Versagen von mir öffentlich machen muss. Muss, ich betone es zu müssen, weil, und da bin ich dann vielleicht doch ein guter Lehrer, meine Schüler natürlich auch partizipieren, nicht nur von meinen Erfolgen, nicht nur von meinen tollen Erlebnissen, meinen tollen Heilungen, ob persönlich oder therapeutisch mit anderen, sondern meine Schüler sollen ja auch aus meinen Niederlagen, aus meinen vernichtenden Erlebnissen, aus meinen tiefsten Tiefen lernen. Und darum möchte ich das heute eben doch hier mit euch teilen und atme mich jetzt mal durch alle Peinlichkeit, durch alle Scham durch, in der Hoffnung, dass eben die Essenz dessen, was ich hier sagen will, bei euch ankommt und euch vielleicht damit davor bewahrt, ähnliche Erfahrungen machen zu müssen, wie ich die in den letzten vier Jahren gemacht habe. Es gibt ja so diesen Satz, jeder Schüler muss seine Erfahrung immer selbst machen. Meine Erfahrung ist, es stimmt nicht. Wenn ein Schüler sich an den Erfahrungen seines Lehrers erbaut, kann er dadurch durchaus ähnliche Früchte erzielen oder ähnliche Informationen in sein System überführen, dass er nicht das gleiche Drama, das gleiche dunkle Tal und den gleichen Absturz erleben muss, wie ihn vielleicht der Lehrer erleben musste für seinen eigenen Weg und vielleicht eben auch ein bisschen für die Wege seiner Schüler. Ja, jetzt zum Thema. Es geht um das Thema Üben. Und ich möchte ein paar Worte vorabstellen, die mein Leben zum Thema Üben immer wieder geprägt haben. Einmal ein Wort von Karlfried Kaff-Dirkheim, der immer gesagt hat, es gibt so etwas wie ein Erlebnis, wo sich der Himmel auftut, wo wir in die Himmel hineinschauen oder wie mein Freund René Bignot mal sagt, wo sich der Himmel zu uns herabneigt, wo wir vielleicht sogar Nicht-Dualität erleben. Und dieses Erlebnis ist wie das Aufgehen einer Tür, ist wie ein uns treffender Impuls und anschließend kommt das regelmäßige Üben. Die Übung im Alltag und mit der geben wir diesem Erlebnis einen Raum, geben diesem Erlebnis ein Fundament, auf dem es sich dann zur Permanenz dessen, was wir da erlebt haben, entwickeln kann. Also, dass wir ständig in diesen Zuständen sein können, die uns das Erlebnis von immanenter Transzendenz, von Einheit, von Gotteserfahrung etc. geführt hat. Also die Übung ist im Grunde die Schaffung eines Fundaments für das, was wir in der Gnade des Erlebnisses erleben dürfen. Und was uns total verändert, was uns total verwandelt, in meinem letzten Vortrag über Nichtzweiheit, habe ich ja da ein paar Beispiele für ihr gegeben. Also die Übung dient dazu, ist im Grunde unerlässlich, um spirituell Erlebtes in den Boden der Erde zu bringen, uns in diesem Boden zu verwurzeln und dann aus dem Pflänzlein des Erlebnis einen großen Baum der Wandlung wachsen zu lassen. Zweiter Satz, den ich dieser Belehrung voranstelle, ein Traumwort, was ich hatte mit Vaivamos, wo Vaivamos zu mir gesagt hat, das einzig wirklich Verwandelnde ist regelmäßiges Üben. Großes, schweres Wort. Nach 40 Jahren Dauertherapie muss ich ehrlich sagen, dass da was dran ist. Das mag vielleicht nicht immer so sein, wie das Vaivamos hier in diesem Traum offenbart hat, aber es ist ganz oft was daran. Wenn ich die Menschen angucke, die an meiner Seite waren die letzten 40 Jahre, dann gibt es Menschen, und daher höre ich auch zu, die ganz viel Therapie gemacht haben, die ganz viel unterschiedliche Lehre ausprobiert haben, die ganz viel Therapie gemacht haben und die dadurch, so wie ich auch durchaus, Fortschritte gemacht haben, Wandlungen erzielen konnten, Verleugnung aufgelöst haben. Und dann gibt es aber Menschen, die ich kenne, die seit 40 Jahren, seit 30 Jahren eine Übungsform machen, aber die regelmäßig und die alltäglich, so wie mein wunderbarer Freund und Heiler Stefan Matthias, der seit 40 Jahren einen Sennweg geht und der für mich der gelassenste und entspannteste Mensch ist, mit der höchsten Anwesenheit von ihm hier und jetzt sein, den ich kenne. Und so ist schon eine Erfahrung, dass die, die so ein bisschen wie ich Therapie- und Guru-Hopper sind, durchaus auch Entwicklungen aufweisen können, die aber oft wesentlich bescheidener sind, denen gegenüber, die über lange Zeit eine regelmäßige Übung machen, wie Dirkheim das immer so schön sagt, der Alltag als Übung. Letzter Satz vorab, die einzig wirklich verwandelnde Energie ist die Überwindungsenergie. Und die entsteht in dem Moment, wo wir etwas tun, wo wir eigentlich keine Lust zu haben, auch wenn wir total wissen, wie wichtig das für uns wäre, wie gut es uns tun würde, so wie mein Traum zu meiner immanenten Erleuchtung, sprich irreversiblen Gesundheit, da gäbe es wohl für mich nur einen Weg und der wäre grüner Tee und Obst. Und auch wenn ich diesen Weg bis heute noch nicht gegangen bin, ich weiß, dass dieser Traum ganz doll stimmt und ich weiß, wenn ich irgendwann mal überhaupt nicht mehr weiter weiß, dass ich das tun werde und dass es mich dann retten wird. Das ist eine ganz tiefe Ewigkeit, die ich habe. Und ich schäme mich natürlich auch dafür, dass ich diesem unbeschreiblich tollen Traumhinweis bis jetzt immer noch nicht wirklich nachgekommen bin. Ja, das vorab. Vielleicht noch ein Beispiel für die Wichtigkeit des Übens, gerade für den, der Geist des Schüler ist, der sich hineinbegeben will in die geistigen Welten, der an seiner Medialität arbeiten will, der an seiner Zauberkraft arbeiten will, der an der Zündung und Entleugnung seiner Medialität arbeiten will. Und diese kleine Geschichte ist so ein bisschen exemplarisch, weil sie zeigt, wie wichtig das tägliche Üben, das tägliche Arbeiten an der Hygiene unseres Energiesystems, jeder auf seine Art und Weise, darum empfehle ich eben auch diesen Übungsweg, Übungsweg durch eines unserer Medien auf Mia Kochendörfer oder Nicole Schollmeier testen zu lassen. Also diese Medien können für jedes System testen, was für welches System eben die optimale Form von Übung ist und über welchen Zeitraum man diese optimale Form von Übung überhaupt anwenden soll. Ja, und diese kleine Geschichte geht wie fort. Es gibt ja hier in Europa eine Studienstätte, das Arthur Finlay College in der Nähe von London, wo seit Dozenten von Jahren, ich weiß nicht, vielleicht sogar schon seit 100 Jahren, mediale Menschen ausgebildet werden. Menschen, die nennen das englische Psychometrie oder so ähnlich. Es gibt auch ein Buch von Rosina Sonnenschmidt über diese englische Psychometrie, weil Rosina Sonnenschmidt war auch Schülerin an diesem Arthur Kinlay College. Und die Rosina, die ja auch wahnsinnig medial war, auch eigentlich als Medium schon auf die Welt gekommen ist, aber eben auch viele Krankheiten hatte früher, in diesem Medialsein ist an dieses Finlay College gekommen. Ich hoffe, ich zitiere Sie jetzt nicht falsch. Und die haben Sie angeguckt und haben gesagt, so wie Sie gerade energetisch aufgestellt sind, können wir Sie hier nicht studieren lassen, weil das, was Sie hier sehen würden, das, was Sie hier wahrnehmen würden, würde Sie in dem Zustand, wie Ihr Energiesystem im Augenblick noch ist, völlig überfordern und würde Sie wahrscheinlich auch krank machen. Ja, und dann haben die ihr eine Übung aufgegeben, die sogenannte Solarplexusatmung, eine ganz wunderbare Übung, die ich allen meinen medialen Schülern ganz doll ans Herz lege, die auch ganz viele meiner Klienten testen. Gibt es auch ein Video drüber, Solarplexusatmung in meiner magischen Bibliothek. Und dann haben die gesagt, die machen Sie jetzt erst mal ein halbes Jahr, das wird Ihr Energiesystem stabilisieren, das wird Sie fähig machen, Medialität selektiv anzuwenden, weil der gesunde Mediale ist ja nur medial, wenn er es wirklich will, wenn er sich einschwingt auf einen Zustand von Medialität, wenn er seinen Solarplexus öffnet, um medial zu empfangen. Er ist aber auch in der Lage, den Solarplexus zu schließen und dann nichts, aber auch gar nichts Übersinnliches wahrzunehmen. Also eine gesunde Medialität ist immer selektiv, ist immer ich kontrolliert. Also wenn ich medial wahrnehmen will, dann nehme ich wahr, alles was ich wahrnehmen kann, je nach Anlage. Wenn ich aber nach U-Bahn fahre und nicht sehe, was die alle für Krafttiere haben wollen und nicht sehen will, wie viel erdgebundene Seelen dienen, allen anhafte, dann mache ich meinen Solarplexus zu und dann bin ich auf der Ebene eines Currywurstbewusstseins. Also totale alltägliche Wahrnehmung. Ich kann zwar riechen, wenn jemand schlecht riecht oder ich empfinde auch irgendwie Angst, wenn es zu voll ist, aber von medialen Wahrnehmungen bin ich mit zum Solarplexus dann völlig im Grunde abgekattet. Ich meine, die große Rosina Sonnenschmidt hat uns nicht nur diese Solarplexusatmung geschenkt, sie hat uns zum heutigen Thema noch etwas anderes geschenkt, die Entrollungsübung. Auch die ist in meiner magischen Bibliothek als Video anguckbar und diese Entrollungsübung ist eine Übung, die wir in unsere tägliche, mediale, magische Arbeit haben einfließen lassen. Und es gibt bei mir in meiner Aufstellung keinen Praxistag, an dem ich mich nicht abends entrolle. Wenn ich vormittags auch noch Praxis hatte, entrolle ich mich da auch noch mal. Auch nach einem Unterricht entrolle ich mich eigentlich immer, reinige mein System von allem Fremden, was vielleicht auch in diesem Unterricht in mein System hineingekommen ist. Und natürlich nach jeder schamanischen Arbeit, nach jeder Ikone, jetzt am Wochenende 13 Ikonen, da wird es also mindestens 15 Mal stattfinden, die beiden Abende generell, aber je nach jeder Ikone, die Entrollungsübung. Also eine der wichtigsten Übungen auch für alle erfahrenen medial zauberhaft Tätigen, um immer wieder ihr System ja, sauber zu machen, runterzufahren, neu zu starten. Ganz wichtig. Rosina Sonnenschmidt, danke, danke, danke. Solarplexus Atmung und Entrollungsübung. Ja, und jetzt zur Frage, und da atme ich mich jetzt einmal durch meine Scham, ich atme mich auch einmal durch mein Gefühl versagt zu haben und ich gebe das meinen Schülern ans Herz und meinen Schülerinnen in der Hoffnung, sie können es besser machen, wie ich es gemacht habe. Ich werde immer wieder gefragt und ich merke, in was für einer Not die Menschen oft sind, die mich das fragen. Baba, seitdem ich dich kenne, lebst du in einer unendlichen Fülle. Du hast uns immer wieder gesagt, du hast 150% Glückstage. Du hast ganz oft bei Facebook gepostet, die letzten 10 Jahre, zwar ein bisschen humoristisch, aber wir haben gemerkt, es ist dir ernst. Hey, hey Leute, nehmt mir mal ein paar Zentner Glück von den Schultern. Ich breche gleich vor lauter Glück zusammen. Also es ist einfach eine Tatsache, dass die 10 Jahre vor Corona Jahre waren, wo ich, wenn man das überhaupt so sagen kann, in meiner Wahrnehmung, mein Leben wirklich in der Fülle und in der Ekstase und in der Sinnlichkeit und in der spirituellen Tiefe gelebt habe, beruflich, heilerisch, tantrisch, wie man es eigentlich nur leben kann. Also ich glaube, dass die 10 Jahre vor Corona mein Leben in 150% ja Fülle einfach waren. und so habe ich mich immer gefühlt. Vielleicht habe ich ja auch was verdrängt. Stimmt, habe ich auch was verdrängt, sonst wäre mir das, worüber ich jetzt hier spreche, nicht passiert. Aber mein subjektives Empfinden war, ganz oft, ich bin der glücklichste Mensch der Welt. Dazu haben mich 30 Jahre Therapie geführt, die ich bis, ich dieses Erwachen in mein völliges Glück hatte, ja im Grunde gemacht habe und die mich ja auch alle schon vorher auf ganz vielen Ebenen ja heilt haben. Meine chronische, lebenslange Migräne, schon 82 erheilt worden durch Homöopathie und dann noch ganz, ganz viele Sachen, meine Vaterproblematik, mein chronischer Heuschnupfen. Ach, ich kann ja stundenlang über die Wunder erzählen, die mir im Grunde passiert sind in den letzten 40 Jahren. Aber es war einfach eine Tatsache, dass das, was ich meine Lebendigkeit nenne, dass das, was ich meine tiefste Freude und meine tiefste Ekstasefähigkeit nenne, dass das bis zum Himmelfahrtstag 11 nur zu 85 Prozent geliebt wurde von mir. Ich habe in einem Seminar, was ich mit Iris Hegerich 2010 abgehalten habe, sie ist Orgasmus, nein danke, da ging es um die Gründe, warum wir unsere Sexualität unterdrücken, eine innere Reise gemacht, wo wir im Grunde auf einer Skala von 0 bis 100, 0 war wir leben von dem, was in uns ist, überhaupt nichts und 100 war wir leben uns zu, ach ja, eben zu 100 Prozent. Hatte ich einen Wert von 15? Ich wusste, dass der stimmt, ich wusste, dass ich nur 15 Prozent dessen lebe, was vielleicht lebensfähig gewesen wäre. Das hat mir einfach kein anderer geglaubt, weil ich auch mit diesen 15 schon ziemlich in der Fülle gewirkt habe und auch ziemlich glücklich gelebt habe. Ich habe ja nicht erzählt, was ich alles nicht lebe, aber das, was ich auch mit diesen 15 Prozent gelebt habe, war immer noch viel mehr, was die anderen Menschen, die normalen Menschen für sich leben. Das ist eben ein Zeichen dafür, wie viel Unterdrückung in unserer Gesellschaft, was Lebendigkeit und Fülle und gerade Sexualität angeht, einfach vorherrscht. Dass selbst jemand, der 15 Prozent von dessen lebt, was möglich ist, schon als übergesund angeguckt wird. Ja, und dann hatte ich eben dieses unbeschreibliche Erlebnis in diesem Seminar meines vielleicht wichtigsten, mitwichtigsten Lehrers nach Dirkheim und Hellinger und Salman Schachter meines wunderbaren Leonard Schorsch Himmelfahrtstag 2011 und da passierte eben etwas, was mich sofort in eine andere Wirklichkeit geschossen hat. Innerhalb von einer Minute wurde meine lebenslange, mich knebelnde und mich in Unterdrückung immer wieder zurückwerfende Angst geheilt. So wie ich bin, bin ich im Grunde peinlich, so wie ich bin, bin ich ein Ärgernis, so wie ich bin, bin ich immer zu viel. Es wurde eben in einem kleinen Ritual, was ich mit meiner Lehrerin und Freundin Heike Wittenbecher machte, angeleitet durch Leonard, meine lebenstiefste Scham geheilt. Und mit dieser Schamheilung bekam ich ein Ja, so zu leben, wie ich eigentlich gemeint bin. Eines der Urmottos der Samuel-Hahnemann-Schule. Leben, wie du gemeint bist. Wer sich dafür interessiert, was da passiert ist, der möge sich doch meine Hyoscyamus-Vorträge, Magische Bibliothek, so ab 2011, 12 anhören. Da spreche ich ganz viel über das, was da auch in diesem Seminar passiert ist. Ja, und dieser Zustand, dieser unendlichen Fülle, der hielt. Der hielt bis Karfreitag 20, wo die große Tragödie, die mit dem Corona-Ungeist an sich zu tun hatte, in mein Leben hineinbrach und mir alles nahm, was über diese 10 Jahre dieses tiefe Glück, diese tiefe spirituelle Verbundenheit, diese unendliche Fülle beschert hat. Also diese Gnade dieser 9 Jahre verschwand im Grunde unter den Angriffen des Unlichts, auf die ich hier nicht weiter eingehen möchte, innerhalb von Tagen. Und hätte ich nicht so wunderbare Helfer gehabt wie den großen Gernot, und meine Nicole und viele, viele, viele andere, die mir wahnsinnig beigestanden haben, auch meine wunderbare Mia, denn hätte ich diese Angriffe auch nicht überlebt, das weiß ich. Don Pizarro, der mich ja ein halbes Jahr später dann, ja, ich würde mal sagen, soweit es da schon zu heilen ging, geheilt hat, der diese Unlichtsangriffe dann von mir entfernt hat und bis heute in der Nachbehandlung damit ist, sagte, dass die so massiv waren und so gezielt auf meine Vernichtung ausgerichtet waren, dass das ein Wunder ist, dass ich das überhaupt überlebt habe. Wer sich dafür noch mehr interessiert, wer dafür mehr, darüber noch mehr wissen möchte, der hört sich einfach meine ganzen Laglupi-Vorträge an, auch in der magischen Bibliothek, so ab, ja, 2020, Sommer, alles, was ich ab 2020 über Laglupi geredet habe, hat viel auch mit dieser Unlichtstragödie, mit diesem Corona-Wahnsinn, mit dieser Corona-Zietracht, ja, mit diesem arimanischen Weltenkampf, mit diesem michaelisch-arimanischen Weltenkampf zu tun, wie man ihn ja auch in einer kleinen Veronika nachlesen kann. Ja, und was für meine Schüler so schwer war, war zu verstehen, wie mir das passieren konnte, wie mir als Mensch, der so glücklich war, der so in seiner Fülle war, wie mir dieser Absturz eigentlich überhaupt passieren konnte, weil, und für diesen Satz möchte ich mich bei allen, die ihn gehört haben, zutiefst entschuldigen, weil er ist nicht wahr. Er ist jedenfalls nicht so wahr, wie ich ihn gesagt habe. Ich habe immer wieder in all meinen Belehrungen zu Medialität, zu Magie, zu Zauberei etc. gesagt, wie wichtig es ist, für den Geistesschüler, für den Schamanschüler, sein Energiesystem immer wieder hygienisch zu behandeln, sich immer wieder zu reinigen, durch die Stehübungen, sich immer wieder zu erden, durch den kleinen Kreislauf, sein Energiesystem, immer wieder zu reinigen, durch das regelmäßige Machen des Hallelujas, sich immer wieder einen freien Raum zu erschaffen, wo unser freies Ich wirklich existieren kann. Es gibt ja eine ganze Summe von Übungen, da gibt es auch Belehrungen in meiner magischen Bibliothek zum Halleluja, zur Stehübung, zum Kleinkreislauf, zum Singen unterschiedlicher Mantren. Und ich habe meinen Schülern immer wieder gesagt, umso weiter ihr voranschreitet auf diesem magischen Weg, umso wichtiger sind diese Übungen, macht sie. Und wenn ich mir die letzten 500 Testungen angucke, von meinen Klienten, die Mia und Nicole für mich durchgeführt haben, dann würde ich mal sagen, testen 95 Prozent aller die, die sich testen lassen, dass sie diese begleitenden Übungen unbedingt machen müssen. Ich habe das immer wieder gesagt, aber ich habe dann auch gesagt, es gibt eine Ausnahme, ihr lebt so glücklich, ihr lebt so ekstatisch, ihr lebt so magisch, ihr lebt so tantrisch wie ich. Wenn ihr ein solches Leben führt, müsst ihr das nicht machen. Und so habe ich das ja auch erlebt. Ich muss bekennen, ich war vorher ein mittelmäßig Übender, seit meinem Leonard Schauer Erwachen, hat mein Üben sehr nachgelassen, weil ich das Gefühl hatte, durch dieses gelebte Leben, durch diese gelebte Fülle, bin ich sowieso für alle Attacke des Unlichts unangreifbar. Und so war es diese neun Jahre. Ich habe mich nie in meinem Leben so sicher gefühlt wie in diesen neun Jahren, durch die Begegnung mit der Drachen, durch die Begegnung mit der Morrigan, durch die Begegnung mit meinem Wolf, war ich einfach in einem total sicheren Raum und habe mich mit Dämonen beschäftigt, habe hunderte von Dämonen, auch Schändungsdämonen, in meiner Arbeit entsetzt. Das wurde auch immer mehr getestet, habe ja auch hunderte von Drachenen erweckt und damit der Welt ganz viel dieses magische, heilende Feuer geschickt und ganz vielen Menschen ein wirklich wunderschönes Leben bereitet dadurch, dass sie in ihre Drachenkraft gekommen sind und mir ist nichts passiert. Ich war sicher wie in Abrahams Schoß und ich habe leider, und das ist falsch, ich betone hier, es ist definitiv falsch, immer wieder gesagt, wer sich so fühlt, wer in einem solchen Zustand ist, braucht nicht mehr alleine dieser Zustand zweimal in einer Woche tiefe, ekstatische, transzendente, sexuelle Begegnung exorziert wie nichts anderes. Und dazu stehe ich auch. Wozu ich aber auch stehe und es ist das, was ich euch heute aus einem, ja wirklich auch tiefem Gefühl von Schuld, dass ich es mal anders gesagt habe, weitergehen möchte, wenn das dann aber mal wegbricht und es kann wegbrechen, ich bin das beste Beispiel dafür, und diese unendliche Fülle, diese unendliche Freude verschwindet, seid ihr, wenn ihr nicht auch in den guten Zeiten eure Übungen weitergemacht habt, in dem Moment, wo dieses Gute alles verschwindet, absolut zum Dämonenfutter prädestiniert. Meine Frage, die ich immer wieder an die geistige Welt gestellt habe, warum mir das dann passiert ist mit Corona und den ganzen begleitenden Umständen, die mich so abgeschossen haben, auf diese Frage kam die Antwort der geistigen Welt, so wie sie ja auch bei meinem ersten Dämonenkollaps vor 20 Jahren ich diese Antwort aus der geistigen Welt gekriegt habe, sprich meine damalige behandelnde Schamanin Elke Martin, als sie den Dämon aus meinem System entfernt hat, gibt es auch ein wunderschönes Video drüber, in der magischen Bibliothek, das heißt Besessenheit, es gibt ja eine ganze Playlist über Dämonenarbeit und Besessenheit und da ist dieses kleine Video über Besessenheit, wo ich über meine eigene Besessenheit vor 20 Jahren spreche und in beiden Fällen jetzt und damals war die Antwort derer, die mich da versucht hatten zu eliminieren und vor 20 Jahren war ja diese Arbeit bei Weitem noch nicht so intensiv und bei Weitem ja noch nicht so lichtorientiert, so Michaelisch wie jetzt vor Corona. Ich glaube, ich habe noch nie so aus einer michaelischen, befreienden, liebevollen, verwandelnden Energie herausgehandelt wie in den Jahren vor Corona und dann sagten diese Vertreter des Unlichts, diese Vertreter Arimans zu meiner damaligen Schamanin oder auch jetzt das, was mir durch Don Gijardo vermittelt wurde und schon vor Corona von Weivamos, dass diese Arbeit, die wir hier tun und auch ich in meiner leitenden Position hier tue, zur Befreiung der Menschen auf allen Ebenen, spirituell, ökonomisch, aber auch gerade sexuell, dem Unlicht ein großer, großes, großer Dorn im Auge wäre, weil das Unlicht will ja keinen freien Menschen, das Unlicht will einen manipulierten Menschen, einen egomanischen Menschen, einen materialistisch orientierten Menschen, das Unlicht will nicht Wertschätzung und will nicht Empathie und will nicht gegenseitige Hingabe, schon gar nicht will das Unlicht Mitgefühl, diese oberste Tugend, die der Buddha, sprich unsere Heiligkeit, der Dalai Lama ja immer wieder ins Feld führt, wir brauchen eine Revolution des Mitgefühls, das will ja das Unlicht nicht, das Unlicht will den Maschinen Menschen, auch den leidenden Menschen, weil Teile des Unlichts ernähren sich ja, siehe Schlammschatten Carlos Castaneda, die Belehrung von Don Juan an seinen Schüler Carlos, wo er über die Schlammschatten redet, die direkt im Grunde von diesen traurigen, selbstvorwürfigen Emotionen von Menschen ja leben oder wenn ihr mein Lehrbuch für Dämonen Jäger Terry Brooks Dämonen Sommer lest, dann hört ihr ja auch von den Fressern, diesen energetischen Wesenheiten, die sich an der Angst und einer Verzweiflung und auch einer Nicht-Empathie, einer Empörung, Empörung ist oft totales Dämonenfutter im Grunde der Menschen erbauen. Ja, und es war und es ist mir natürlich jetzt klar wie nichts, dass ich auf meinem Weg in Dimensionen vorgestoßen war, wo ich wirklich mit Hilfe derer, die mich begleitet haben, eine Menge bewegen konnte in diesem Weltenkampf frei nach Veronika. Also die Aufgabe, die da der Johannes Wanderer hatte, die hatte ich auch schon ein Stückchen zu meiner gemacht und auch die Aufgabe von diesem John Ross im Dämonen Sommer war ohne Frage mit der meinen gemein. Und jetzt aber, all das, was mich vorher geschützt hat, verlierend, hatten natürlich die Kräfte des Unlichts mit einmal Zugang auf mein System, den sie in den guten Zeiten des Schutzes durch Fülle, durch Lust und durch Ekstase nie gehabt haben. Und diesen Moment hat das Unlicht natürlich radikal ausgenutzt. Und wenn ich meine Entwicklung bis zum Sommer 21 sehe, wo ich ja dann in einer Kur war, bei in meiner wunderbaren Klinik Kaffelhöhe und wo denn ansatzweise ja meine Gesundung auch begann, aber in dieser Zeit von Winter 20 bis Sommer 21 war ich ja in einem so desolaten Zustand, dass es nicht klar war, ob ich wieder zurück in diese Welt finde und wo es auch gar nicht klar war, ob ich wieder in die Lage versetzt werde, dieses Michaelische Werk mit Drachen und Freude und Autonomie und Wachstum und plasmatischer Pulsation zu leisten, wie ich es vorher geleistet habe. Ich weiß, dass dieses Wegbrechen der heilenden Fülle immer für mich eine tiefe Erschütterung gewesen wäre. Ich hätte das nie alles so einfach nur weg gesteckt. Hätte ich aber mein System durch regelmäßiges Üben immer wieder gefestigt, hätte ich meditieren, chanten, Stehübung machen, Halleluja machen, so mit selbstregulativen Ressourcen versehen, wie ich erlebe, wie meine Patienten damit versehen werden, wenn sie es denn tun. Denn hätte dieser Angriff vielleicht trotzdem stattgefunden, aber was sicher wäre, oder was sicher gewesen wäre, und da geben mir auch meine Geistchen Lehrer ganz viel Recht. Wobei, warum? Es geht nicht um Recht, aber sie sagen, ja, Andreas, dein Gefühl ist richtig. Denn wer diese Niederwerfung, denn wer diese Zerstörungskraft des Unlichts nicht ansatzweise mit so viel Erfolg, ja, ihr segnet die Wesen wie, so wie es war. Also, so glücklich ihr seid, so erfüllt ihr seid, so ekstatisch ihr lebt, so magisch ihr lebt, bitte, 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 nehmt diese Erfahrung eures Lehrers tief in euer Herz und trotzdem weiter üben oder gerade deshalb weiter üben, so als vielleicht auch Dankbarkeit der geistigen Welt gegenüber, was uns die geistige Welt denn ja da schenkt um durch dieses Üben widerständlich zu werden durch die Kräfte des Unlichts und dazu gehört natürlich auch ganz viel Schattenarbeit machen, auch ein Satz von Dirkheim, ich weiß nicht, ob ich ihn schon noch mal erzählt habe, wo Dirkheim gesagt hat, wenn jemand meditiert, 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 esoterische Erfahrung, esoterische Erfahrung, esoterische Erfahrung hat, ohne Schattenarbeit zu machen, hier wiederum Hinweis, Schattenarbeit, mein häufigst gehörter Vortrag überhaupt in meinem Leben, den ich jemals gehalten habe, über den Schatten zu finden, auch in meiner magischen Bibliothek oder bei YouTube. Also, üben und Schattenarbeit, so gut es euch auch geht, selbst wenn ihr euch schon völlig erleuchtet fühlt, und ich habe mich so gefühlt, bevor die Corona-Tragödie über mich hereinbrach. Bitte, 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 bitte legt euch diese Erfahrung, die ich machen musste, tief in euer Herz, ohne jetzt Angst zu kriegen. Ich will euch überhaupt keine Angst machen. Ihr sollt glücklich sein, ihr sollt ekstatisch sein, ihr sollt auch da mir zu 100% nachfolgen dürfen, aber mit dem Wissen, vergesst nicht das Üben, vergesst nicht die Wurzelarbeit, sonst entschwindet ihr in lichte Höhen Wurzellos prädestiniert, um Futter fürs Unlicht zu werden. Ja, das war mir eine große, große, große Bedürftigkeit, das mit euch zu teilen und vergebt mir bitte, wenn ich aus einer zu großen Freude mit diesem Thema jetzt einige Jahre vielleicht bis zur Corona-Tragödie danach ja nicht mehr zu laissez-faire umgegangen bin, es tut mir leid, ich hoffe, nicht zu viele von euch mussten auf ihrem Weg ähnliche Erfahrungen machen wie ich jetzt. Wenn da jemand Rat braucht, ich bin natürlich immer für jeden von euch da, wenn ihr in solchen Situationen seid und rate euch gerne, stehe euch gerne bei, es muss nicht gleich in große Therapien ausatmen, das kann auch erstmal ein kostenfreies Infogespräch sein, bin ich gerne zu bereit. Ja, und ich ende mal mit dem Üben, Üben, Üben. Das Üben ist das unterm Strich einzig wirklich verwandelnde und das Üben ist das, was uns schützt vor den Kräften, die auch immer da sind, umso mehr wir uns in die michaelischen Lichtwelten hineinbewegen und vor diesen Kräften, die besonders dann, besonders stark sind, wenn unser Weg ins michaelische Licht vielleicht auch gerade besonders stark ist. Möget ihr alle geschützt sein, möget ihr vielleicht auch alle euren Drachen kennenlernen, wer an Drachenerweckung interessiert ist, ich mache die vier, fünf Mal im Jahr in Hessen im Rahmen meiner Engelwolf-Ausbildung kann ich euch sehr ans Herz legen, ich hatte leider noch keinen erweckten Drachen damals vor Corona, ich hatte zwar meinen Wolf, aber auch der reichte nicht auch aus, um mich ganz vor diesen Kräften des Unnicht zu schützen. Ihr Lieben, danke für euer Zuhören, danke für euer Verständnis, für gemein, partiell scheitern an diesem Thema und stellt mir gerne weiter Fragen, ich freue mich über alle eure Fragen und ich freue mich total, euch dann mit meinen Antworten mittels entsprechender Belehrung weiterhelfen zu dürfen. Mögen alle Menschen glücklich sein, mögen alle Menschen in ihr Mitgefühl kommen und ein letztes Buddha-Wort, das war tatsächlich sein letztes Wort an seinen wunderbaren Schüler Ananda, als der zu ihm sagte, Buddha, Buddha, du kannst doch jetzt nicht sterben, die Lehre des Dharma ist doch noch nicht vollendet, dann sagte der Buddha zu ihm nur ein Wort, Samasati, sei dir gewahr, dass du reines Licht bist. Ja, ich wünsche uns, euch, uns allen, dass wir alle in ein Gewahrsein unseres reinem Lichtes kommen. In dem Sinne, Adieu, Aho, euer Andreas. Andreas.